Hallo und grüß Gott zu unseren Sofort-Tipps für Schulorchester-DirigentInnen. Grundsätzliche Probleme beim Blechblasen können sein, dass beispielsweise der Ton nicht anspringt oder der Klang und die Intonation nicht zufriedenstellend sind. Dafür gibt es selbstverständlich verschiedene Erklärungen. Einige Sofort-Tipps können dabei aber schon helfen oder das Problem zumindest minimieren. Diese möchte ich im Folgenden vorstellen. Für den Einsatz der BlechbläserInnen sind also einige Aspekte für den DirigentInnen, die DirigentIn zu beachten. Bei einem langsamen Grundtempo des Stückes reicht ein Vorbereitungsschlag plus das gemeinsame Einatmen in der Regel aus. Bei einem schnelleren Tempo sind die Blechbläser dankbar, wenn ein ganzer Takt vorausgegeben wird. Das Spielen in einem Ensemble oder Orchester kann bei dem ein oder anderen jungen Blechblasenden zu Stress führen. Einsätze nach längerer Pausenanzahl, aber auch höhere und schnellere Passagen führen häufig zu einer Verkrampfung und somit oft dazu, dass der Ton nicht kommt. Ein erster Sofort-Tipp hierfür, wurde bereits bei Punkt 1 genannt, die Vorbereitungszeit. Ein weiterer Grund kann aber auch die durch den Stress ausgelöste falsche Haltung des Instruments sein. Junge Blechbläser und BlechbläserInnen tendieren häufig dazu, das Instrument und somit das Mundstück zu fest an die Lippen zu pressen. Der Druck auf den Lippen wird somit zu groß und das Spielen wird anstrengender und ineffizienter. Auch vorher genannte Ansprachprobleme können auftreten. Der Dirigent, die Dirigentin kann hier mit einer einfachen Erklärung Abhilfe schaffen. Der Spieler oder die Spielerin soll sich vorstellen, dass das Instrument in einem Schraubstock, also gemeint sind unsere Hände, befestigt ist und die Lippen zum Mundstück geführt werden. Wird nämlich das Instrument zu den Lippen geführt, entsteht aufgrund der Muskelkraft in unseren Armen ein unnötiger Druck. Oft steckt hinter einem luftigen Klang und anderen Problemen beim Blechblasen eine sehr simple Erklärung. Der Spieler, die Spielerin spielt mit zu wenig Luft oder unterbricht zumindest den Luftstrom, wenn beispielsweise schwierigere Passagen zu spielen sind. Um die Menge und Konstanz des Luftflusses zu visualisieren, kann ganz einfach das Notenblatt vom Pult genommen werden. Dieses wird auf Augenhöhe am oberen Blattrand festgehalten und auf verschiedene Arten dagegen gepustet. Hierbei sollte der Dirigent, die Dirigentin, die Extrempole von Luftmenge und Konstanz des Luftflusses modellieren. Einer der Grundprobleme für Kinder und Jugendliche, welche anfangen Geige zu lernen, ist das Problem der Haltung. Eine Vorstellung, welche helfen kann, ist, dass die Geige von oben auf die Schulter fällt, wie ein Flugzeug oder ein Raumschiff, welches andockt. Außerdem ist zu beachten, dass die Schnecke nicht nach oben zeigt oder nach vorne, sondern leicht zur Seite. Die Haltung des linken Handgelenkes sollte nicht abstehen oder komplett eingeknickt sein, sondern relativ gerade und flexibel gehalten werden. Denn sonst leidet Intonation und Flexibilität. Oft erlebt man bei Anfängerinnen einen sehr luftigen oder kratzigen Klang. Um einen luftigen Klang zu verhindern, sollte der Bogen möglichst gerade streichen und nicht über dem Griffbrett. Wenn SchülerInnen säbeln, kann helfen, dass man sich ein Scharnier am Ellenbogen vorstellt, welches man lösen muss. Eine Übung, welche sehr hilfreich ist, ist das bewusste Kratzen mit schwerem Arm und allen Bogenhaaren auf einer leeren Seite. Danach wird der Klang meistens voller und größer sein. Ein kratziger Klang liegt oft an einer zu starren oder festen rechten Hand, welche den Bogen fest umfasst. Dadurch wird die Hand unflexibel. Ein kleiner Tipp ist die Vorstellung, eine Katze oder einen Hund liebevoll zu streicheln oder den Bogen in die Hand zu legen, um zu erfahren, wie wenig Kraft es braucht, einen Bogen zu halten.